Sehr geehrte Damen und Herren, ich bin Sebastian Kurz. Mein Stylist hat Mist gebaut. Meine Frisur sitzt nicht perfekt. Mein Hemd ist zerknittert und mein Hemdkragen ist unter anderem sehr schnutzig. Warum trete ich so vor die Kamera? Ja, es musste schnell gehen. Ich musste diese Botschaft so schnell wie möglich loswerden vor laufender TV-Kamera. Ich entschuldige mich beim österreichischen Volk für die Umstände, wie ich beieinander bin. Ich bin eine Katastrophe. Da sieht man mein Hemd, da eine Falte, da komplett zerknittert, da mein Hemdkragen ist schmutzig. Ich weiß nicht, ob man das sieht und meine Frisur sitzt nicht perfekt. Ich feuere meinen Stylisten. Hiermit spreche ich die Kündigung aus. Sie können nach Hause gehen. Suchen Sie sich einen neuen Job. Bis zum nächsten Mal. Das war's.